Hallo Lieben, grüßen Sie mal, Patra, Proaktionscoach, Psychologe und so weiter und diesmal Videoblog und es geht um, ja wie immer oder meistens Liebe und Beziehung. Heute haben wir wieder so ein freundliches Thema rund um, ja langjährige Ehe, Affäre, womöglich an den Midlife-Crisis kann man das nicht mehr nennen hier. Genau, hallo Christian, ich brauche mal deinen Rat, ziemlich lang meine Geschichte. Ich bin Ende 50 eine noch sehr attraktive Frau und seit 18 Jahren in zweiter Ehe verheiratet. Mein Mann in den 60ern hat oder hatte seit 7 Jahren eine Affäre mit einer deutlich jüngeren Kollegin im Verein, verheiratet, auch Kinder, wir haben kein Kind. Ja gut, es passiert, man muss halt immer, ich meine die Welt ist ein krasser Ort, wo viel Scheiße passiert und das kann man nur hinnehmen und seine Schlüsse draus ziehen und gut, ob die jetzt jünger ist oder nicht jünger ist. Letzten Endes reden wir hier von chronischen Lügen, fremdgeben, chronischen Lügen ist meiner Ansicht nach in aller Regel, ich mache jetzt ganz wenige Ausnahmen geben, eigentlich nicht ohne Aufgabe des Selbstwertes reparabel, das ist ja eine ganz andere Sache, ob man mal ein One-Night-Stand hatte und oder sieben Jahre betrügt. Ja, ich komme jetzt gerade frisch vom Sport, deswegen sehe ich ein bisschen zerzaust aus. Drauf gekommen bin ich ihm vor drei Jahren. Ja, ich meine, also natürlich kann man da, wenn man so lange zusammen ist, Paartherapie machen und ich weiß nicht was, meine Erfahrung ist, dass sich sowas in der Regel nicht wieder einrenkt und man eigentlich dann nur so eine Trennung begleiten kann, es sei denn, wie gesagt, man stellt seine Standards hint an, weil wenn nicht jemand sieben Jahre belogen hat, wie willst du dem je wieder vertrauen, vor allem wenn er das nicht selber aufgedeckt hat. Und ist jetzt aus meiner Sicht, aber wahrscheinlich bist du noch nicht so lange bei mir, die Frage, warum du überhaupt noch so lange mit ihm zusammengeblieben bist. Ich meine, das ist immer leicht gesagt hier von mir, weiß ich, aber Ende des Tages würde ich euch gerne helfen, alle da hinzukommen, dass ihr sagt, ey, das habe ich nicht nötig, ob ich 20, 30, 40, 60 bin, brauche kein Mensch, weiß ich nicht, stricke ich lieber Kleider für das Rote Kreuz oder was, aber nee, das brauche ich nicht irgendwie. Und dafür macht die fucking Kurse, die werden in einer Woche teurer, nutzt es noch, auch die Ausbildung, auch die Bootcamps, ich habe da ein neues Bootcamp in München, auch ein Liebeschiff-Webinar, was auch im November ist, ja, da ist es teurer. Gut, aber mal weiter im Text. Wir kennen uns vom Sehen in dem Verein schon lange, sie wusste von Anfang an, wer ich bin. Er hat sie damals tatsächlich unter einem Vorwand unser Haus eingeladen. Ja, ich sage ja, das ist auch in meiner Ausbildung, in meiner Paar-Ausbildung drin, ich rede hier immer von drei Leveln, von Fremdgehen. Das eine Level ist eben dieses körperliche Level, das hat man ja so gut wie immer. Dann haben wir das Lügen-Level und hier haben wir noch das Kompromittierungs-Level, das ist so die dritte Ausbaustufe, wo man eigentlich, ja, also einfach null Respekt da und auch noch irgendwie ein Stück weit, ja, kompromittiert wird halt. Unsere Ehe war anfangs glücklich, doch durch die viele Arbeit kam unsere Beziehung einfach zu kurz. Bettsport hat mir noch spärlich, wenn ich noch unsere Probleme ansprach, hat er immer abgeblockt. Ja, ich meine, es passiert alles, Beziehungen sind nicht für ewig. Klar, manchmal halten sie bis zum Tod, aber selbst dann gehen sie auseinander, weil einer stirbt, also, aber heutzutage, wo wir so alt werden, ja, sind eben Beziehungen häufig zeitlich begrenzt und man kann Leuten nicht ins Kopf gucken. Ich könnte wetten, dass es da irgendeinen Vorlauf gab, der wird nicht plötzlich angefangen haben zu lügen. Aber gut, es ist, wie es ist, ne, kann man nur mit dem Grinsen hinnehmen, wie viele andere Sachen im Leben, die man erstmal, die einem so über den Weg laufen, Krankheiten, dies, das, Ananas, was willst du machen, ne, muss man irgendwie versuchen, einen Umgang mitzufinden, so, ne. Ja. So, wir haben uns in den Jahren sehr viel aufgebaut. Großes Haus, Flugzeug, Yacht und so weiter. Ich habe ihm all die Jahre den Rücken freigehalten, er hatte alle Freiheiten. Ja, das wäre auch ein spannendes Thema. Wie gesagt, das wird dir nichts bringen, denke ich, aber an solchen Stellen gucke ich in der Paartherapie immer, gab es da vielleicht zu viel. Es gibt auch ein zu viel Freiheit. Man denkt immer, wenn mir jemand ganz viel Freiheiten lässt, dann mordt er keinen Scheiß, aber manchmal ist ein bisschen weniger Freiheiten das richtige Maß, so, ne, dass da jemand auch noch Respekt behält, ne. Er hatte Männerurlaube und genau, hat sich, ja, großes Auto gekauft und ein großes Seelgebot und ich habe ihn zu 100 Prozent vertraut. Ja, letzten Endes, ja, gibt es Menschen, dem er 100 Prozent vertrauen sollte? 100 Prozent wirklich? Ja, vielleicht schon. Naja, ist wie es ist. Dann, vor drei Jahren kam er gerade lächelnd aus einem Halma-Urlaub zurück. Ich habe ihn das erste Mal in seinen Telegram-Verlauf gesehen, da kam er das volle Programm für mich. Einmal Hölle und zurück. So, dann ein Jahr lang Beratung, hat aber auch nichts gebracht. Scheinbar irgendjemand hatte schon mal eine Einzelberatung gemacht. Eheberatung lehnt er ab. Ja, ich sag ja, da weißt du, ich meine, was willst du da noch sagen? Also, es ist ja noch nicht mal, dass er sich jetzt bemüht, eine Eheberatung zu machen. Er hat einfach keinerlei Respekt mehr vor dir. Wie lange, weiß ich jetzt nicht. Und da kannst du nur sagen, ich meine, du willst auch mit jemandem diskutieren, der jemand anders hat. Da kannst du sagen, guten Weg, gute Reise, viel Spaß. Und hier sind deine Socken. Und ja, mach die Tür zu, wenn du gehst. Mir kannst du da nichts zu sagen. Ich werde echt eiskalt, muss ich echt sagen. Er hat den Kontakt damals nach einigen Zögern zwar abgebrochen, hat er gesagt. Ich bin sorry, dass ich immer so negativ bin, weil das ist einfach mein Erfahrungshintergrund. Vielleicht bin ich da zu negativ. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber ich würde sowas erstmal nicht glauben. Nicht, wenn jemand sieben Jahre gelogen hat. Aber den Ort, wo er sie kennengelernt hat, hat er nie gewechselt. Ich soll ihm seine Lebensfreude nicht nehmen. Ja, dann soll er sich trennen wie ein gestandener Mann. Dann soll er sagen, ja, ich werde die Junge hier knallen und kannst mich mal. Und nee, natürlich bleibe ich da. Aber dann soll er nicht so rumheulen. Und hü oder hot, Beziehung oder keine Beziehung. Mehr wird nicht von ihm verlangt, dass er eine Entscheidung trifft. Er kann halt nicht beides haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass hier die Frau, das kann natürlich auch geschlechtermäßig andersrum sein, wirklich die Pistole auf die Brust setzt und sagt, das ist nicht mein Problem. Wenn du meinst, du kannst dir jahrelang fremdgehen, natürlich geht ihr an dieser Freizeitstelle auseinander. Fertig. Ist mir auch scheißegal, ob die das die Lebensfreude nimmt. Ihr müsst da wirklich härter sein, wenn ihr betrogen werdet. Also echt. So, ich große Schaf, habe damals nichts dagegen machen können. Die Verlustangst war einfach zu groß. Fair enough, man steht da, wo man steht. Mein Gott, ich habe auch schon so viel Mist gemacht in meinem Leben. Also ja, aber es wird besser. So. Er hat die Affäre, das ist übrigens keine Affäre, wenn er sieben Jahre mit jemandem zusammen ist. Das ist eine Nebenbeziehung, würde ich jetzt nicht Affäre nennen. Aber gut, er hat die Affäre damals beendet, sagt er zumindest, weil er unsere langjährige Ehe nicht aufs Spiel setzen wollte. Ich würde er sagen, weil er seine Höhle nicht aufs Spiel setzen wollte, wo er verpflegt wird und ich weiß nicht was alles. Aber ich würde, also, ich denke es sowieso nicht zu retten, sowas letztendlich. Aber wenn, dann glaube ich nur unter Paartherapie so, ne? Aller Regel. So, sie hat das scheinbar akzeptiert und wollte auch an ihrer Beziehung arbeiten. Wir konnten unsere Beziehungen in den letzten Jahren leider nicht mehr retten. Es ist einfach zu viel passiert. Ja, es ist total verständlich. Und seine Bemühungen waren gleich null. Ja, wie gesagt, der muss sich der andere schon, wenn schon, komplett reinlegen. Was noch erwähnenswert ist, er hat seit langer Zeit Bettsportprobleme. Sie wissen, das sagt er, er hat aber kein Problem. Gott, was da Leute sagen, weiß ich nicht, würde ich da rein, da raus. Keine Ahnung. Früher hat er mal Tabletten eingeschmissen, traut sich das aber angeblich nicht mehr. Ja, kann jetzt nichts zu sagen, dass man mit 60 da jetzt mal Probleme hat, ist, glaube ich, absolut nichts ungewöhnliches. Aber warum man, das sind auch so Sachen, also da müsst ihr wirklich zum Urologen gehen oder Hausarzt. Macht für mich, für mich macht dieser Satz keinen Sinn, weil diese Tabletten du ja ansprichst. Die kleinen blauen Pillen, die sind ja, ähm, meine ich mal gefunden worden, äh, weil man nach Blutdrucksenkern gesucht hat. Und ich meine, die würden sogar Blutdruck senken, irgendwie kurzfristig. Ähm. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt. Aber ich google das doch jetzt mal kurz. Ja, wirkt Blutdrucksenken. Also dieser Satz macht für mich, ähm, keinen fucking Sinn, warum er das jetzt sagt, weiß ich nicht. Äh, und ja, aber das sind so Probleme, da kann man was gegen machen, äh, sollte man echt nicht einfach akzeptieren. Sicher, es gibt Leute, sind so körperlich beeinträchtigt, aber für die meisten Männer, denen sowas widerfährt, gibt's wirklich, wirklich überschaubar, selbst, selbst für Männer überschaubar simple Lösungen würde ich nicht durchgehen lassen, so, ne. Ja, äh, wir waren im letzten, äh, ja nochmal übers Wochenende im Urlaub, dachten, es wäre gut und hatten einen schönen Abend und sehr überraschend Bettsport. Da hat es tadellos funktioniert. Ja, wie gesagt, das heißt ja, äh, so diese altersbedingten Probleme, die da der eine oder andere hat, heißt ja jetzt nicht, dass es, äh, das heißt einfach nur, so, dass es nicht mehr so easy geht wie mit, äh, 18, heißt aber nicht, ähm, dass, wenn die Situation das hergibt, dass es dann nicht doch wieder Bombe funktioniert, aber, ja, was, keine Ahnung, was willst du ihm noch glauben, ne. Ich meine, mittlerweile bin ich so weit, dass ich wirklich nicht mehr wild auf beiden Seiten, da ist kein Gefühl mehr vorhanden, das bringt nichts mehr. Jetzt ist mein Mann, ähm, ja, ähm, in ein mobiles Heim gezogen, er braucht eine Auszeit, um herauszufinden, was er nicht will und diese Auszeit ist zufällig ganz in ihrer Nähe. Ja, ist nicht mehr, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ihr habt euch getrennt, ist nicht mehr dein Business, ja, dann knallt da eben wieder seine junge, äh, Affäre da oder Jüngere, ja. Äh, zusätzliche Wohnung will er sich gerade nicht leisten, da er gerade knapper Kasse ist, seinen ganzen Krempler hat er natürlich auch noch da. Ja, gut, ich meine, ihr wart 20 Jahre zusammen, fair enough, dass du ihm das jetzt nicht einfach, äh, vor die Haustür schmeißt, äh, wäre aber ehrlich gesagt auch verständlich, weil du meinst, du bist so viel verarscht worden hier, also, man ist halt immer zu weich, so, ne, äh, die meisten, die mir hier schreiben und jemand anders hätte ihm vielleicht die Sache in die Garage gestellt und hätte gesagt, so, du holst es in einer Woche ab, ne, weil wahrscheinlich warst du auch schon die ganze Ehe ein bisschen zu locker und das ist ja auch möglich, ne, du holst es ab und, äh, wenn es in einer Woche nicht abgeholt ist, äh, kommt es hier zur, äh, hier ins, ins Sozialkaufhaus fertig, ne. Äh, vor ein paar Tagen, als ich ihm dann unter Rück gesetzt habe, musste ich ihm aus Apache helfen, weil, naja, ist auch egal, äh, musste ihm überhaupt nicht aus Apache helfen, du musst gar nichts, wollte er auch seine Freundin fragen, ähm, gut, dann kam raus, dass sich seine Freundin auch getrennt hat und dass sie jetzt scheinbar was zusammen anfangen wollen, ja, das kann er die doch in Zukunft fragen, also, hör auf, da jetzt immer wieder irgendwie was hinterherzutragen, wirklich, hör auf damit, äh, ich hab ihm gesagt, dass er mir geschoben bleiben kann, dass ich ihn nicht zurückhaben will, das hat ihn tatsächlich getroffen, ja, das ist ja, viele Menschen drehen sich ja so um sich, dass sie, dass sie sich dann noch verwundert sind, wenn sie einen total beschissen haben, dass man dann noch ärgerlich ist, wie kannst du jetzt so ärgerlich sein, ja, äh, er war ganz kleinlaut und hat sich entschuldigt, was ihm alles angetan hat, ja, Entschuldigung ohne Taten, keine Ahnung, dafür ist die mir jetzt auch zu kurz, kann ich nicht beurteilen, aber weiß ich nicht, was das jetzt bringt, äh, jetzt komme ich zur echten Frage, ich hätte gern ein Gespräch mit allen Beteiligten, warum, warum, äh, sie würde ja nie zustimmen, sagt er mir, natürlich nicht, ich wollte einfach wissen, wer sich in die Zukunft vorstellt, die werden zusammen sein, was soll da passieren und wenn du was verstehen könntest, jetzt da mit Problemen hast, such dir vielleicht vor Ort da Unterstützung, aber da kannst du nichts machen, Trennungen sind immer scheiße, aber was willst du, willst du ihm da jetzt noch hinterherreden und, also ganz, ich meine, diese sieben Jahre sind echt scheiße, ne, aber wenn wir das jetzt mal kurz außen vor lassen, er darf sich trennen, er darf sich trennen und er ist dir da jetzt auch nicht schuldig, also er ist dir schon eine ganze Menge schuldig irgendwo, aber er ist dir nicht schuldig, dass ihr ein Dreiergespräch habt, so, ne, was, also wie willst du das, das kann auch, äh, auch eskalieren und das kann auch für dich richtig scheiße ausgehen, das würde ich auch gar keinen Fall machen, ne, äh, und ob ihr ehemann überhaupt weiß, dass die beiden schon so lange eine Affäre haben, ja, ich halte da nichts von, äh, meine Ansicht macht, aber das ist meine Ansicht, ist ein 5D-Weg, ähm, mein schönes Buch, äh, damit umzugehen ist, zu sagen, ja, äh, Karma oder was weiß ich, regelt das schon, ähm, und sich dann nicht einzumischen, so, ne, und nicht, äh, zu sagen, oh, das ist aber ein böser, äh, Mann und ach ja, weil da auch selbst das, habe ich schon erlebt, kann komplett gegen dich laufen, dass du die Blöde bist, kannst du dir zwar gerade nicht vorstellen, aber kann passieren, ne, ähm, soll ich ihren Mann anrufen, danach fragen, ich bin komplett dagegen, bringt das überhaupt was, ne, soll das bringen, meinst du, der Mann kommt zurück, oder was, Scheidung kommt gerade nicht in Frage, dann geht eigentlich zum Bach runter, ähm, ja, aber pass wirklich auf, dass du deine eventuell vorhandene, mich das hier so richtig lese, co-abhängigen Tendenzen in den Griff kriegst und nicht überlegst, ob es für ihn ungequem ist, sondern, dass du für dich jetzt den besten Weg findest, das ist wirklich dran, glaube ich, ne, äh, meine Rechtsanwältin hat mir geraten, Füße still zu halten, die Lösung von, käme von alleine, ja, finde ich jetzt, äh, erstaunlich, wie das von alleine kommen soll, äh, weiß ich nicht, aber ich kenne da jetzt vielleicht nicht die Details, aber ich habe das Spiel einfach nicht immer weiter so ein Spiel, so, ne, äh, finanziell soll es mir, finanziell soll es mir im Grunde in Zukunft nicht schnell gehen, sagt mein Mann, ja, aber das ist kein, äh, das musst du dir nicht gönnen, das steht dir zu, zu, zu großen Stücken, also ich bin jetzt kein Entscheidungsexperte, aber, äh, steht dir zu, eine ganze Zeit zumindest, und, äh, und das wird nicht gönnerhaft von ihm, äh, ich finde auch, findet er auch die Aussage seiner Anwältin da sehr defensiv, also er steht dir zu und das wird dir zugeteilt und das musst du, das wird dir nicht als Almosen gegeben oder so, ne, aber ich fürchte, wenn sie ihn mal in einer festen Beziehung hat, dann macht er alles kaputt, was wir unserer Ehe aufgebaut haben. Ähm, ja, das muss man leider alles loslassen, also ich empfehle in der Regel, ich kenne jetzt seinen speziellen Fall nicht, empfehle ich in der Regel, äh, wenn einen jemand so richtig verarscht hat, also dann nicht jetzt hier, äh, dir den Typen anrufen von so einer Affäre oder in der Firma anrufen oder ich weiß nicht was, das würde ich alles lassen, aber ich würde einen ganz harten Schnitt gehen, äh, ich würde auch sagen, ey, du hast wirklich keinerlei Platz, also würde ich reagieren, keinerlei Platz in meinem Leben mehr verdient und ich würde eine Scheidung richtig hart durchziehen, ähm, und würde ich echt, würde ich sagen, okay, wenn du das so wolltest, dann trag die Konsequenzen, aber wie gesagt, ich kenne den speziellen Fall jetzt nicht und manchmal, äh, ist es auch vernünftig vielleicht, äh, zu warten, aber, ja, er muss auch mal merken irgendwo, äh, er muss auch mal wieder dich respektieren, finde ich, und mal merken, was er getan hat und das kannst du wirklich in so einer klaren Trennung besser zeigen, als dass du da irgendwelche Echsen anrufst, meine, meine Meinung, aber was denkt ihr, schreibt es gerne drunter und vielen Dank für deine Mail und wir sehen uns mal wieder. Bis zum nächsten Mal.